Oh, die ersten 10 Sekunden sind Hölle, da hab ich gleich verfehlt, weil die Map lädt. Wahrscheinlich wegen der Musik oder so? Huch? Ich fahre Steine von der Decke. Nein, weil die Map lädt, denk ich mal. Ja, das kann auch sein. Wo kriegt ihr die Shotguns her? Melanie, sah scheiße aus! Ich will eine Shotgun haben. Ich will eine Shotgun haben, wir können tauschen. Nee, ich hab aber keine Shotgun mehr. Und ich versteh Leitern auch noch nicht. Oh, ein Detective. Okay. Willst du es kaputt machen? Die... Nein, ich... Danke. Äh, der ist nicht gebraucht, kann einfach durchkriechen. Ja, muss. Na, ist doch egal. Okay. Let's go. Also, ich hoffe mal du bist kein Traitor. Nein. Ehrlich. Kill dich, ey. Ehrlich. Macht fertig. Macht fertig. Kann Simon nicht auf mich zielen? Ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Tja, Meister Benner, wo geht's hin? Hallo? Ja, Joe. Ah! Ja. Ja. Ich seh's, ich seh's. raus aus meinem keller hier raus oder was ja die tür aber ewig langsam auf so hallo es ist ein sehr lustig wenn du im keller umhängst das ist für mich ist verwundet geor weil melanie meinte mich anzuschießen ach hier ist ein twitter ist da drin nein was ist das für eine komische die kamera ist genau die werden von dem mit alter was wollte das denn jetzt das war das also wer war jetzt keller geöffnet gestorben gerade warum ja ich habe im schuss gehört habe ich erschreckt und habe auch da mal mit drauf was wollte das denn jetzt hat man nicht nicht in meinem keller aber als detektiv killt mich random da hast du eben auch gemacht nein ich habe nicht gekillt ich habe benne killen äh ich habe gero killen lassen aber ich habe nichts gemacht selber ich spiele jetzt das kamel weil keiner drauf gewartet hat selber schuld das ist egal was ist das kamel keine ahnung wir werden es ja gleich sehen kennst du denn nicht was ist das kamel also binne ich hätte musik an machen aber spotify schlug immer so was ist das so radioaktiv was radioaktiv also ich finde es ist das sieht irgendwie nach dem wasteland aus ist auch ein bisschen die map kenne ich die ist super kann man scheiße bauen und sofas aus dem fenster schmeißen ja klingt gut mhm mhm mh mhm 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 Ich kann jetzt wieder nächste Runde mitspielen. Oh, ist das schade. Warte, mein ist es nicht. 15 Minuten hast du noch. Glaub an dich, PC. Ja, nur ich gerade bei Melanie nicht, oder? Melanie ist nicht da. Ah, hi. Und... Wer hat es nicht geschafft? Ich suche mal eine Waffe. Abends, Sisi. Bist du Traitor? Nein. Sicher nicht? Ja. Oh, schade. Muss ich wohl den... Ich hab ein Piepen gehört. Was? Eine Granate? Jetzt bin ich da. Ich hab ein Piepen gehört, egal was das Piepen war. Das war nichts Gutes. Sag mir Bescheid, wenn da unten irgendwer langläuft und schmeißt eine Granate aus dem Fenster. Aber ich snipe alles, was hier... Oh, das sieht wirklich cool aus. Ah, schmeiß. Ah, ich bin in Geros Kopf drinnen. Hallo? Der ist leer. Gesundheit. Alter. Du sollst nicht mit einer Shotgun in der Hand niesen. Das ist das 11. Was hast du denn in der Hand? Eine Granate. Achso. Ihr kennt die 10 Dinge, wo ich mir lieber wäre, dass du es nicht machen. Bitte? Äh, die Pastafari. Nein. Simon. Wir haben nicht 10 Gebote, sondern 10 Dinge, die du lieber... Nee, oder 10 Dinge, wo ich es uncool... Irgendeine lustige Formulierung. Also 10 Dinge, wo ich... Ich bitte das lieber nicht zu machen. Und? Was sind diese Dinge? Hallo? Hi. Simon, wie kommst du jetzt hier hoch? Warte, eben bei uns, über die Treppe. Mir wäre es lieber, wenn... Wenn du freigelaufen bist. Hi, tschüss. Ich will nicht sterben. Mir wäre es lieber, was? Mir wäre es lieber, wenn du nicht unendlich viel Geld für Kirchen und Moscheen ausgibst. Warte, wie heißt denn das? Ich schreck mal kurz nach. Ich habe mir jetzt Zeit. Ähm... Boah, ich habe die Tränen in den Augen, weil ich niesen muss, ey. Niesen nicht unterdrücken, oder geht das Zwergfeld von kaputt. Jaja. Das ist aber echt Waiseland hier, uiuiuiui. Wäuchttet. Tschüss. So ein Fallout-Planet-Paper könnte man ja auch mal machen. Ja, vergiss es. Nicht mit mir. Hi. Hi. Ich wollte es doch mal eins machen. Hau was hier rum, oder was? Wer ist jetzt überhaupt Traitor? Soll mal irgendwer gekillt werden? Nicht. Ich will nur leben. Okay, Melanie wird gekillt. Wenn du leben willst, komm zu mir. Ich glaube, das hat schon auf mich geschossen. Komm mit mir, wenn du leben willst. Komm mit mir, für uns belief. Ah! Hilfe! Was? Wer schießt da? Was? Simon! Was? Nee, ich bin unten. Ja, 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 ja. Ich habe nur gesehen, wie Konz da runtergefallen ist. Irgendwer war unten, ja. Simon ist der einzige Hausarbeiter, der hier noch in diesem Haus rumrennt. Und ich stand da gerade unten und habe auf dich geschossen. Das hast du noch gesehen. Es sind die zehn, am liebsten wäre es mir. 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 Okay, gut. Alt und eh funktioniert nicht. Ah! Katz! Ich schreibe mich doch nicht so. Help! Doch! Leute, wer schießt da? Simon und ich. Wir haben uns ganz lieb. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Simon noch da oben? Ja. Ist ja. Leute, oh Gott, mach doch was wieder, ey. Junge. Junge. Wie? Wie sieht man nicht immer aus dem Fenster raus, ja? Ich sehe da gar nicht. Also ich hätte ja mehr gefeiert. Kann man, kann man Leichen mit dem Magneto-Stick heben? Ja. Gut, dann aus dem Fenster schmeißen. Hallo, Mensch. Ich weiß mir gerade, als ob eine Träne aus dem Auge, what the fuck. Ah. Guten Tag. Hier, nur ein... Guten Tag, Spimed. Aber der Plan. Ja, der Reniger. Am liebsten ist Erren nicht cool. Du bist leise, ey, guck. Hab ich jetzt nicht mit gerechnet. Hi. Hi. Hinter dir ist wer, Gero. Achtung. Du bist leise, Jakobi. Ich hör dich kaum. Hi, Leute. Nein, ich hör dich kaum. Oh, Leute, Leute. Ich glaube, Simon ist im Twitter-Job. Wir spielen jetzt ein lustiges Spiel. Was denn? Adolf sagt. Nein. Nein. Oh Gott. Spiel einfach nur TTT-Spiel. Doch, jeder, der nicht mit Adolf sagt spielt, wird in den Kopf geschossen. Also du zum Beispiel. Komm her. Ich bin Detective. Hallo. Das ist dem meisten egal. Das war scheiße, Gero. Das war scheiße. Okay, gut. Ein Schuss, Alter. Du meinst, wie es geht, Corby. Na ja. Aber lass die Map bitte nicht so oft wechseln, weil bei jeder neuen Map muss ich jetzt mal einmal aussetzen. Äh, ja, die Map wechselt automatisch. Da können wir nichts gegen tun. Bei jeder neuen Map muss ich auch erstmal einmal aussetzen, weil ich immer länger lade als alle anderen. Ja, aber die Map lädt so lange, dass ihr die ganze Preparing-Phase nicht mitmacht. Wo ist das Auto mit dem M16s? Eben war hier ein Auto mit M16s drauf. Ja. Siehs, ein M16s sind scheiße. Du bist scheiße. Sind die aber wirklich? Oh, ich bin Detective. Guck mal ich an. Das kann nicht so. Adolf sagt. Initiieren. Nein. Schade. Ich war noch nie Detective, was kann ich? Äh, mit C, dir was kaufen. Du wirst blau. Traitor! Ich bin blau! Die goldene Diegel gibst du dann am besten einem Inno, nach anderen. Weil er kann dir damit nichts tun. Er kann sich nur selber töten. Wenn er auf den Inno schießt. Wenn er auf den Traitor schießt, ist der Traitor tot. Aber wenn der Inno mit der goldenen Waffe auf den Inno schießt. Ist der Inno selber tot. Ja, willst du die? Wenn der Traitor mit der goldenen Waffe auf den Inno schießt, ist er auch selber tot. Sprengelte, Alter. Das ist das Lustige. Der Traitor wird auch bei uns gekillt, quasi. Alter, was macht ihr da für eine Party? Ihr schmeißt Leute vom DASCH. Das hört sich gut an. Ich fühle mich sehr bedrängend. Wie kommt man denn hier auf das Scheiß... Ne, hier kommt man gar nicht aufs Dach, ne? Ach, nein. Ne, aber ne, man muss hier... Warte. Ja, ne, da kommt es nicht aufs Dach. Das ist ja ein ganz normales, zweistöckiges Haus. So zweistöckige, wie es denn in einem Passapokalypse ist. Ah, der schießt! Melody! Melody! Ich glaube, er ist tot. Näääääää. Du hast mal Pflege-Gedanken. Ich glaub, Melody ist Traitor. Nääääää. Wie kommst du da drauf? Ey, Jero! Hi. Hi! Nimm dir da die goldene Siegel! Hier! Oh! Oh ja! Da! Okay, du musst mir sagen, auf wenig Schieft. Ich kann die, glaub ich, nicht nehmen. Ne, ich kann die nicht nehmen. Man kann keine Extra-Items vergeben. Äh, vergeben. Scheinbar. Scheinbar. Schmeiß mal die Pistole raus. Ne, es geht nicht. Ne. Extra. Oder du hast schon einen Slot. Nein, nein, der Server hier, äh, geht nicht. Der Server ist irgendwie ein bisschen weh, ne? Das haben wir eben schon rausgefunden. Der Server hier, äh... Bistole. I will find you and I will hunt you down. I will kill you. I have some... Au! Das tut aber weh. Was sollte das denn jetzt? Ah! Was? Melanie, wieso immer ich? Ich hätte ihn schon früher gehabt, weil er nicht reich gesprungen wärst. Jot! Ich? Jot? Ja. Ja. Zwei ist immer schwer. Wolter hat unbedingt. Das wird bei der Leiche gemacht. Das willst du doch gar nicht wissen, Benne. Cool, ich bin direkt in Waffen gespawnt. Das ist schön für dich, ich nicht. Aha. Manchmal springt meine Maus einfach. Hi, Benne. Ja, weil dein Rechner zu langsam ist und die Mausenthebung zu berechnen... Nee, warte, du spring mal aus. Alter, wenn du du lagst. Nein, nein. Ich lag doch gar nicht. Du lagst richtig hart durch die Gegend. Mach, ich bin der Tektiv. Oh, du bist der Tektiv. Echt? Was? Hä? Kannst du nicht Leuten sagen, auf mich mich zu zielen? Das geht nicht so einfach. Ich muss ja zu dir gucken können. Man kann mein Fadenkreuz versuchen von dir wegzuhalten, aber... Hi. Mehr nicht. Tschüssler. Tschüssler. Tschüss. Ich war's. Ich hab gefallert auf dem Tisch. Konz, geh weg. Geh weg. Hä? Ich bin hier alleine. Ich bin völlig alleine hier oben. Äh, Konz, ich steh hinter dir. Nein. Da, geh. Hinter wem auch immer du stehst, nicht hinter mir. Oh, Kobi. Was? Äh, lol. Der stand hundertprozentig. Floppy. Nein, lass mich hier raus. Ich suche nach ner Waffe. Ich bin hier ganz oben, ganz weit weg. Ich folge dir jetzt gleich ne Wachbesuche. Ist mir gerade egal, Gero. Dann hab ich dich gesehen und der nach Konz. Hat zwar nicht Gero. Oder das ist Gero. Nicht gesehen und dann nach Konz? Hier draußen hat mich gerade abgeschossen. Nein, du bist ziemlich verwirrt. Ich bin im Haus. Du bist ziemlich, sehr verwirrt. Hi, Bene. Ja, weil wir alle in diesem Gebäude grade sind. Und ich euch alle schon mal gesehen habe. Haben wir nicht zwei Traitor? Nein, ich bin glaub ich nicht in eurem Haus und ich bin nicht Traitor. Wir sind doch sechs Leute. Ja, und wer schießt in diesem Haus? Einen Traitor und ein Detektiv. Ja, auf dem Dach. Natürlich, irgendwer hat in diesem Haus geschossen. Ja, Konstantin hat gerade auf Tische geschossen. Ja, ich schieße der Tisch kaputt. Das hast du aber nicht gesagt gerade. Nö. Warum auch? Bene, wo bist du? Oh, kurz im Hochhaus. Wieso sind ja eigentlich nirgendwo Waffen in dem Haus? Ey. Ey. Bobby. Hi. Hi. Okay, du bist kein Traitor. Nö. Ha! Oh. Oh, tschüss. Alter. Der war ein Headshot, die mich umbringt. Der hat gesessen. Ja, aber ich was. Was war das? Der war grad ein Leiche. Ach du Scheiße. Nein, aus dem Fenster. Ich bin rausgezogen. Jetzt wird es aber ziemlich ziemlich zu viel für den Traitor irgendwie, oder? Ja, genau. Würdest wir eigentlich zwei Traitor haben bei sechs Leuten? Eigentlich schon. Eigentlich ja, ne? Sehr sinnvoller. Sag mal, ist komisch. Aber war jetzt gerade nicht, ne? Wobei, stimmt. Jetzt, wo wir sieben... Ne, jetzt sind wir... Was? Nein, jetzt... Wir waren vorher fünf, jetzt sind wir sechs. Jetzt müssen wir eigentlich zwei haben. War hatten wir gerade nicht. Eben, ich war gerade eben schon im Spiel. Das war komisch, ja, 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 ja. Und wir haben einen Traitor auf sehr viel, entschuldige. Fünf, ja. Und das nicht mal mit nem guten Traitor-Shop. Also... Balanced as fuck. Ich höre schon irgendwas explodieren. Aaaah, Mike. Hi. 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 Was? Ach so. Ja, da läuft gerade einer runter. Hallo, Gero draußen. Hallo. Gero ist das. Hi. 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 Hihi. Geh, was hast du vor? Bleib weg von dir, du hast du Schott in der Hand. Ich möchte dich mit dir verbinden, ja. Du weißt schon, dass wenn du dich erst mit mir verbindest und mir gleich in den Kopf schließt, du für immer stirbst, oder? Warte, wir können, glaube ich. Ich verstehe das Teil immer noch nicht. Na klar, mate. Me, me, me. Komm. Ja. Haahi. Rechtsklick oder linkskick? Rechtsklick, rechtsklick. Rechtsklick ist zu der Ziebe. Rechtsklick ist zu der Ziebe. Drück mit du drüber rein noch einmal klicken. Warte, ich nehme ihn mit. Echt? Nehm Tichli nicht. Ich steh hier nur so rum, sorry. Gibt es Rückendeckung. Warte, es gibt bestimmt noch ein Tichli weiter oben. Komm, wir gehen mal weiter nach oben einfach. Tichli. Gibt's kein Tichli, oder? Doch, hier gibt's auch ein Tichli. Komm mit, Tichli. Na, die ist fest. Das muss doch funktionieren. Ja. Jetzt hab ich verloren. Ja, ich bin hier in so einem Seitendings. Seitendings. Ah, hier. Hab dich. Tichli. Wollen wir Tichli vom Horaus werfen? Ja, natürlich, das ist der Sinne Sache. Das ist der einzige Sinn, den das Ganze hat. Leute, Leute, um wieder auf all die Luft zu jagen. Klingt's mir aber nicht so gut. Ah doch, jetzt kommt Tichli mit. Hier ist... Melanie hat auf mich geschossen gerade. Weg da, Leute, ich sag's, ich beschütze Tichli. Alter, au! Was soll das? Alter, wo seid ihr? Warum bringt ihr euch um? Nein, ich schieß einfach auf Melanie. Und ich sag, ich beschütze Tichli. Da stirbt grad jeder. Guten Tag. Ja, ich hab Schaden genommen da oben. Ist korrekt, Gero. Das ist Gero. Benedikt, zu viele Leute auf einmal. Aber wo sind die Leute? Weiter oben. Ich bin runtergerannt. Ich weiß nicht, ein oder zwei Stück weit genug. Geh vor, geh vor. Ja, ich geh vor, ist okay. Hi. Du hast Tichli in Ruhe. Gero? Ja? Ich hab Melanie. Nein, ich hab mich geschossen. Wenn ihr weiter hochkommt, seid ihr tot. Du hast Konz umgebracht? Ja, weil ich dachte, er wäre Melanie. Ich wollte die Leiche in meine Presse. Okay. Nimm die Leiche. Aber wenn du noch eine hochkommst, bist du tot. Geh mir nicht auf den Sack. Dankeschön. Dankeschön. Gott, Mori. Hey, ich... Das war echt nötig. Du gehst mir auch auf den Sack. Du gehst mir auch auf den Sack. Aber Tichli! Ich sterne mich. Ich wurde... Ich bin Töter von zwei Leuten. Ah, verdammt. Ich hab nicht gelohnt. Benne, das war irgendwie arm. Erschießungskommando sollte mit einem Schuss kälen. Ja, ich hab diesen Schuss... ...verkackt. Wo sind wir denn? Ein bisschen, ja. Wer lacht denn jetzt noch? Das ist die Frage. Ich lache dann. Nur so, nur so. Wenn du auf Tab drückst, müsstest du das sehen können. Ich kann bestätigen, dass er tot ist. Hab ich auch eben gesagt. Ich bin ziemlich tot da. Ja, du solltest wirklich einfach Tab drücken. Boah, Alter. Simon, der... Versteck dich einfach, der hat... ...treiben. Nein, tu es nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein! Ich fände in den Überrasch. Was denn? Du bist doch krank. Stell dir sich doch schön auf Mühen, ey. Ja, ist doch schön. Nein. Nein. Du geh. Lebensmüde, oder was? Nein, nein. Ich kann nicht snipen. Kannst du aber... Aber ich nicht. Ich nicht, ey. Aber... Kann ich aber auch nicht. Schießen. Bzw. ich kann es. Aber nicht in diesem Spiel. Was war das für ein Loser-Duell, Alter? Waffe war der, ja. Nein. Aus drei Meter Entfernung hat er neinander geschossen, ne? Was zur Hölle? Kannste Battlefield, ich kann's hier nicht. Ich bin kein Shooter-Spieler. Kann's hier auch. Aber ihr habt euch schön selbst umgebracht. Das war toll. Ja, also Zeug. Es gibt einen Unterschied zwischen ich beschütze das und ich schieße auf die Leute, bevor ich überhaupt weiß, ob sie hoch wollen. Ja, Mel, das ist echt... Melanie. Da hat er irgendwie recht. Mir schießt alles, was zu nahe kommt. Wenn ich wirklich da oben gestanden wäre, auf deiner Ebene, dann wäre das kein Problem gewesen. Warte, wer war das denn da jetzt? Du hast mich abgeschossen die ganze Zeit, als ich eine Etage tiefer war, bei den Leichen, die ich dem Detective zeigen wollte. Hallo? Nee, gut. Ich wusste nicht, dass du zu der Leichen willst. Weil du dich da so offen hinstellst, um so eine Unschuld zu beweisen. Aber dann darf ich halt gar nicht. Nein. Ich hab wirklich... Ich hab mir leider nie erschossen, weil die mir auf den Sack gegangen ist. Ja. Nein. Ich lauf dir auch ein bisschen hinterher, weil ich weiter in einem Haus hochlaufe für eine Waffen-Suche, aber hier ist keine. Ah doch, hier sind Shoguns. Au! Der Tisch hat mir übergetan, alter! Können wir uns wieder eh noch? Was soll das denn? Der Tisch hat mir... Alter, scheiß... Tisch, ey. So eine Kacke, ja? Die werden angeklagt wegen des Morgens... Ich wollte eben die Wand ziehen, denn die Hitbox war zu groß. Ey, du hast doch einen Knall, oder? Die Hitbox war zu groß. Alter, das hat aber jetzt echt lecker. Also ich bin als Zeuge, ich bin Zeuge übrigens, ne? Hi. Tischli! Ich bin Zeuge. Echt's Glick war's das? Ich bring dich jetzt nicht um, wenn du ihn umbringen solltest. Ich hab' ihn runtergeschmissen! Ich hab' ihn runtergeschmissen! Ich hab' ihn runtergeschmissen! Ich hab' ihn runtergeschmissen! Oh Mann, Alter! Wenn du das nicht einfach fast getötet! Sechsau! Das war voll random kill, ey! Ich hab' voll dämlich gezielt! Ja! Du hast mir in den Kopf geschossen, du Trotteln! Sekunde! Seid ihr alle? Alle wollen was anderes! Watter! Ach ja! Gero, komm da raus! Du musst hinter den Kopf schießen! Ha! Guck mir selbst in dir auch! Das ist auch schön! Meine Entscheidung hat gewonnen! Wenigstens hab' ich das, hab' ich die Map, glaub' ich schon. Pfff! Ich... Wir brauchen bald wirklich einen Server, der zwei Traitor ausgibt! Mhm. Alleine gegen... Alleine gegen fünf ist echt hart! Ich glaub' die Map noch, dann wechseln wir irgendwo hin! Ja, würd' ich auch sagen... Du kannst ja auch nicht mal so tun, als jetzt sich irgendwie selbst verteidigt und der Tote wär' der Traitor, weil es... eben dann das Spiel gewonnen wäre! Eben. Mein strategischer Nachteil! Und der Traitor-Shop ist einfach lame as fuck! Gib dem Traitor die Golden Gun und nichts passiert! Okay. Warte. Übrigens ist wieder die Fuzz-Map! Wo alle Leute mit brennenden, exklusiven Fässern rumrennen! Yay! Ah! Wie viel Zeit hab' ich noch zum Laden? Naja, gut, Frau Kahn. Halbe Minute! Kommst doch nicht runter, Kami! Ja? Alter! Hast du was gesagt? Oh, ich brenne selber hier oben! Ah! Ah! Stirb! Hast du eine hochgeschmissen oder wie? Okay, ja! Ich hab... Seid ihr wieder hochgeschmissen! Kann ich gesehen! Da hab ich! Natürlich, wirklich! Wo bist du? Wo seid ihr? Ich bin auf dem brennenden Dach! Ich seh' kein brennendes Dach! Weil das nicht mehr brennt! Ach, die Map hier! Die ist schön! Oh, ich bin... Ich bin der Master of Disaster! Äh, das hat dich mal gebrannt! Einfach! Laden! Laden! Aber du standst davor, Gero! Ähm, ich komm' nicht von meinem Dach runter? Alter! Da hab ich so'n Dachschaden! Also! Oh! Scheiße, ich hab... Whatfuck! So gut! Äh, wo bist denn du, Melanie? Ach, da hinten! Du kannst... Da ist doch ein Weg runter! Da ist doch... Direkt neben dir ist ein Weg runter! Mit ne... Brücke! Ähm, die Brücke ist über mir! Die endet auf dem Dach da oben! Nein, nein, nein! Links! Weiter, weiter, weiter! Hinter den Kisten! Ohhhh! Pfff! Loll! Mhm! Danke! Ich bin der Grund des Eno! Ich hätte dich sonst schon wegsnipen können! Du bist nämlich gut stehen geblieben! Du bist so auf diesem Horror-Steam so aberartig aus aus der Entfernung! Achja, bevor mich jemand fragt! Gero ist an einem... Sprengfass gestorben! Der stand davor! Heiii! Ehrlich? Ja! Es hat aber nicht mal gebrannt! Ja, weil ich drauf geschossen habe! Direkt! Ja, ich hab aber auch drauf geschossen! Sonst hat die ganze Zeit nicht gebrannt! Weil du nicht... Weil es nicht genug Schaden hat! Wer hat da gerade geschossen? Ich nicht! Ich weiß es nicht! Ich hab mir in der Shotgun drauf geschossen! Das dürfte eigentlich genug Schaden machen! Warum bist du gerade, Simon? Äh... Auf einem Hochhaus! Sind das hier nicht alles Hochhäuser? Auf was für einem Hochhaus? Weißt du nicht ein Hochhaus? Äh... Simon, ich seh dich! Ja, ja! Ich fühl mich... Die Schlüssel kam von rechts von dir! Bist du Eno? Ja! Komm her! Ich bin hier oben, ich weiß! Du kannst mir nicht drüber erfen! Mind you! Ich weiß! Ich weiß! Ich sag's nur! Das ist doch die One-Shop-Weapon! Ich töte auch jeden, der mich beschießt zu faust! Das Praktische ist einfach... Ich bin einfach am suspicioussten, weil ich hier oben als Sniper hab und einfach alle sehe! Ich vertrau dir jetzt einfach mal! Ja, ja! Nee, aber Kobi hat mich eben lassen, also... Aber wenn ich's nicht tun sollte, ich weiß! Ja, vor allem... Wir haben selbst mit Detective gespielt, wir wissen gar nicht, wie man das macht, oder? Ah! 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 Detektiv, okay! Ich bin Detective! Melanie! Alles cool! Vor allem, als du dich hinter diesem kleinen Haus versteckt hast und ich... Das ganze Zeit! Ich bin Detective! Auf den Kopf geschaut! Ja, aber Simon! Macht mir Angst! Okay, Mel ist gerade in den Tod gesprungen! Ja, wir haben schon! Deswegen ist sie vom Detective weggerannt! Ja! Ach, schade! Gut! Und auch für ein Versatz zu rennen! Oh Mann! Das ist doch nicht so ein Effekt, das erschießt! Mensch! Alter, Mel, was war das? Schlechtes, was das war! Das ist, dass ich renne rückwärts und vergesse, dass dein Abgrund ist! Ja, aber ehrlich! Melanie! So! Hm! Er hat mich nicht abgeschossen! So! Ja! Ich war jetzt... Ich hätte dich aber abschießen können, weil du hast so versteckt, dass ich dich die ganze Zeit im Blickfeld hatte! Nur nicht, als du geschossen hast! Ja, aber ich meine, als ich mir den Weg gesucht habe! Problem ist, ich hatte doch keinen Plan von der Waffe! Weiß ich, ich hatte keine Ahnung, wie die schießt! Wir wollten Skedro! Ich dachte, dass wir... Die Fässer brennen ja eigentlich meines Wissens auch erst, nachdem die Runde begonnen hat! Ja! Das ist völlig korrekt! Aha! Voll! Achso, dann sag mir das! Das hast du verdient! Wieso? Ich hab nur die Kisten zerstört! Wow! Du hast das Fass angeschossen! Ich schieß auf die Teile dahin! Ja, eben! Keine Sorge! Das Fass an die Kisten zerstört! Das war mein Ziel! Alter! Ich hab richtig Fissen gekriegt! Hast du ja nicht gesehen, dass die Kiste gestorben ist vor dir? Doch! Ah! Das war ich! Simon hat... Benne erschossen! Was? Wer hat wen erschossen? Simon hat Benne erschossen! Simon hat Benne erschossen! Okay, im Illustrator! Mhm! Was? Was? Ich bin die Lügnerin hier! Gut, ich bin wirklich auch tot! Ey Leute, wenn ihr beide hier nur seid, warum... Ich bin... Mann eher, wenn ne... Schossen... Schossen... Nein! Ich bin zuerst fach! Du guckst so wie die beiden sich vertritt, weil die Glutzen zauberdessen sie helfen! Ist ja! Einfach mal nach Zukunft und einfach mal gucken was passiert! Wer warst du jetzt? Das Knife am Nachkampf? Na? Na! Ich dachte alle in der Kampf gekillt. Und ich sitze auch ungemütlich mit der Sniper. Schön in meinem Leben. Ich hatte auch eine Sniper nur. Halt keine... Ja, du hast in der Kampf gekämpft. Da bringen Sniper nicht vielen. Deswegen. Wer schießt dann da schon wieder? Ja, ich. Du wirst bestimmt Traitor. Und ich. Ja. Wär ja schön, weil ich war die ganze Zeit... ich war doch kein Traitor bis jetzt. Na, ich einmal. Tag. Ach, ich bin wieder Eno. Wer war das? Wer hat mich da umgeschossen? Die hat mich weggeschossen. Als Randomkiller hier. Es war ein Fastkill, das geht. Ich wollte es eigentlich nur mal ausprobieren. Bist du einmal, verdammter Idiot? Alter. Das war ja echt krass jetzt, ey. Das ging echt nicht so schnell. Nein. Was ist das denn? Also, wo lag jetzt das Problem? Dass Game on Randomkiller ist, das ist das Problem. War es ein Fast oder war es kein Fast? Es war ein Fast. Es war ein Fast. Wer es lange geschossen hat, was ich getragen habe. Ja, das geht dann erst recht. Ja, das geht dann erst recht. Weil eigentlich, solange du ein Fast trägst... Fester tragen ist... Stürfst du daran eigentlich nicht. Wer schießt auf mich? Wer auch immer da auf mich schießt, ich hasse dich. Der ist aus dem Turm, an dem ich grad dran klebe. Aber ich komm da grad nicht rein. Detective. Ich weiß noch, dass jemand gerade aus dem Turm hier raus ist. Ah, irgendwer schießt auf mich. Irgendwer schießt auf mich. Was wirklich, ey? Ja, ich schieß jetzt auf dich. Ich hab nur die Fenster zerfossen. Ich hab nur die Fenster zerfossen. Ja, ich seh euch beide. Ah, er schießt auf mich. Und Corby schießt auf Ben, ja. Es ist ganz ganz... Alter! Corby! Ich bin's doch nicht! Ich steh hier oben ganz hinten rum! Es ist Corby und der trifft mich nicht. Wer ist das? Ich schieß nicht extra auf dich. Das muss ich selbst umgebracht. Ach, Corby! Das geht ja ab. Ich verpiss mich jetzt von euch. Ich hab Angst. Ich war mir sicher, dass es Benner gewesen sei, weil er es derjenige gewesen sein muss, der hier aus dem Laden rausgeschossen hat. Ja, so? Alter. Und da hast du keine Waffe mehr ausgerüstet. Ich hab Angst. Leute, die gar keine Waffe ausgerüstet haben, sind großmäßig gefährlich. Ich hab Angst. Weil die meistens eine Waffe verstecken wollen. Ich hab gerade im gesamten Kampf mit dir versucht, eine Waffe zu ziehen. Ja, hast du aber nicht gemacht. Mich nicht umgebracht. Was? Und da du die ganze Zeit nur rumgeschrien hast, dass du unschuldig seist. Wer ist das? Ich bin das und Melanie ist das. Tut mir leid übrigens. Ach, du bist das. Hi. Alter. Simon ist bei mir. Simon ist unschuldig, weil er hat mich nicht umgebracht. Hm, das sehe ich auch so. Geht es eigentlich hier durch? Hi Leute, wer ist denn das? Ach, Mel ist das. Hi. Ich bin Detective. Schön, dich kennenzulernen. Ja, ich hab Angst. Äh, Granate? Was ist das? Weiß nicht, ich renne. Okay. Das ist ja gut. Korbi ist irgendwo auf der anderen Seite. Alter, ich dachte schon. Ja, genau. Und da hat Benne umgebracht. Das ist korrekt. Ich bin aber das was vom Anschuldig. Da steht gar nichts mehr. Wo sind denn jetzt alle? Aber ich spiele jetzt ohne Mauspad. Da geht mir meine Maus, glaube ich, besser mit. Ich benutze... Ne, ein Mauspad. Also ich habe noch nie eins besessen. Ich habe seit der Games Komma Eins. Sicher von niemandem wäre sehr satt. Wir dürfen allen nicht mehr reden. FYI. Ich dachte wir dürfen über normales Zeug reden. 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 Eigentlich nicht. Ich habe so verstanden, dass wir über normales Zeug reden dürfen. Ich finde wir können ein bisschen ernster spielen. Wir dürfen nur reden wenn man noch lebt. Ja. Ihr über normales Zeug dürft ihr reden wenn er... Wenn rauskommen wurde, dass ihr und so weiter. Gut. Aber ihr dürft nicht sagen, der Typ war's. Dann bin ich so lange mal weg. So war's gemeint. Ja, der abgesniped. Au. Tut's auch ordentlich weh. Problem ist, ich kann auf die Entfernung keinen ausmachen. Das heißt, ich bin jetzt einfach gerade freiwillig. Pff. Leute. Das ist unfair. Wir sind einfach echt zu weit weg gerade. Ach verdammt, kannst du... Mann. Stehen bleiben? Nein. Geht doch nicht. Doch, klar geht das. Komm ich sterb doch wieder da dabei hier. Ja. Ich glaub auch. Oh, das war knapp. Llele. Ah verdammt. Schön. Nice. Die AK bringt ja mal gar nichts. Die AK ist ja mega scheiße. Ich kann jetzt Tote in Fässer schlüpfen. Die AK 47? Die AK 47, ja. Ich liebe die. Ich hab die als Traitor immer genutzt. Echt? Ja, ich find die geil. Kann ich gar nicht mit umgehen. Genauso wie du der einzige Bestia Newton Launcher Markkornst. Ja, das stimmt. Das ist aber auch lustig. Nein. Und Bötze mitmachen. Das ist toll. Ja, du kannst aber auch nur Scheiße mitbauen. Ja, der ist nicht sinnvoll. Aber du kannst Bötze mitmachen. Eieiei. An den Eichen im Beet. Und niemand beschwert sich mehr, dass ich die Silenced-AVP nutze, ja? Siehmann. Wir beschweren uns, dass er sie am heutigen nutzt. Wir beschweren uns, dass er sie am heutigen nutzt. Ja, ja. Aber du damit dich treffen kannst. Wie wenn ich nicht treffen kann? Ich wusste nicht, dass du Trater gewesen bist und so weit. Sieh, hab's nicht mitbekommen. Ja, aber ich wusste nicht. Entweder Corby oder Konz war. Ich wusste nicht, dass du Trater gewissen bist und so weit. Sieh, hab's nicht mitbekommen. Ich wusste nicht, dass du Trater gewesen bist und so weit. Ich hab's nicht mitbekommen. Was hast du gerade gesagt? Ähm. Hast du gerade eine Brandgranate drin geworfen? Ich komm nicht hier raus. Nein. Gar nicht mehr. Es muss entweder du oder Corby sein. Nein, hast du mich erschossen. Dann ist es Corby, weil ich bin Detective. Nein, ich meine letzte Runde. Ich hab noch keinen Schuss abgefeuert bis jetzt. Ich wurde mal von einem Fass gestreift, dass Benne angezündet hat. Echt jetzt? Was hast du angezündet? Simon hat hier eine Brandgranate in meine Richtung geworfen. Also ich bin gerade auf jeden Fall gefangen in einem Raum, wo eine Brandgranate vorbekommen. Komm mal her. Andere Richtung. Zurück. Nö. Bist du inno? Achso, ich hab dich da eingesperrt. Sorry. Bin inno. Bist du wirklich inno? Wirklich, wirklich inno. Ah, er hat mich angeschossen! Ich wollte dich nicht anschießen, meine Güte. Hört auf! 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 Hallo Gero, ich hab gesagt, hör auf zu schießen. Hört auf! Okay Leute, tötet Gero. Corby, tötet Gero. Ich hab noch einen HP. Ich hab's nicht gleich heilen. Ist mir egal, tötet Gero. Sonst tötet ich dich. Wenn hier jetzt der Befehl besteht, mich zu töten, dann tötet ich alle anderen. Es wäre egal, ob ich inno bin oder nicht. Ja, okay. Können wir uns drauf einlassen. Gero wollte mich töten! Wer läuft da oben rum? Simon? Ich bin doch mit Leitern nicht klar. Simon, du bist zu stehen. Nein, ich bin die Leiter runtergefallen. Nein, Simon. Corby, lebst du noch? Ja, gerade so. Ich kann keine Leitern gehen. Okay. Hast du Gero gekillt? Geh weg, Simon. Nein! Ja, 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 ja. Noch nicht. Ich. Ja, gut. Vielleicht sollst du's lassen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Puff. Okay, irgendwer ist gestorben. Wer ist... Wer ist bitte gestorben? Wer lebt noch? Simon? Es kam nur hier von hier. Ich lebe noch. Nein, nein. Ich lebe noch. Ich... Ich würde Gero lebt noch als Corby's tot. Und Konstanzlein auch. Der labert nicht mehr. Ich laber. Ja. Ich lebe. Okay. Ich töte jeden, der mir entgegenkommt. Ganz ehrlich. Ja, Konstanzlein ist Detective. Hi. Der erschießt mich nicht. Okay. Scheiß Camper. Sag, der, der gerade gecampt hat. Benedikt. So, wer war jetzt Väter? Bene. Bene. Wer stand denn hinter der Ecke? Ganz ehrlich. Ja, du. Dann. Hey, du. Ich bin aus der Tür gekommen. Wie aus der Tür gekommen? Ich bin da gerade reingegangen in den Laden. Also. Ich bin in diesen... Ding gerade reingegangen. Du hast mich gerade erschossen. Als ich einen HP hatte. Der, der dich gerade umgebracht hat, war Gero. Hallo. Also wenn du mich jetzt für... Nee, dann hat sich Gero umgebracht und ich habe keinen Schuss abgefeuert. Ich geh mal. Ich hab Angst vor Menschen. Hey, Konst. Hä? Was? Ich hab das Fass runtergeschossen. Ja, eben. Was? 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 Ja, aber echt lag. Was? So, neuer Server bleiben wir hier. Neuer Server. Neuer Server. Ich häng grad echt an zu laggen. Das ist ekelhaft. Was?